... sich entdeckt. Mh, die... Harkonnen. Natürlich werden wir das verteidigen. Unser Gola ist in die Befehlsstruktur der Saduka integriert. Jetzt kontrollieren wir ihre Organisation vor Ort. Wir haben den Saduka geholfen, einen Stützpunkt in diesem Gebiet zu errichten. Diese Saduka werden uns dafür vor Angriffen schützen. Die Saduka sind beeindruckt von unseren Fähigkeiten. Sie wollen sich mit uns verbünden. Und das ist doch gut. Kommen wir mal an, wo die... ...konnen sich jetzt aufbauen und machen. Wir haben einen kurzen Prozess. Wir erwarten ihre Befehle. Wir gehorchen. Wird ausgebildet. Gebäude wird aufgerüstet. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Diese Passatuka wollen wir nämlich auch haben. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Wird ausgebildet. Erwachte Anweisung. Standort wird verlegt. Standort wird verlegt. Ah, hier ist Ihr Stützpunkt. Verein zum Abflug. Wie Sie befehlen. Das trifft sich so sehr wie wir sind. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Erheit. Natürlich. Gebäude wird aufgerüstet. Dann werden wir auch noch hier... ...weite Raffinerie planen. Erwachte Anweisungen. Bereit Sie aufgeben. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Ein Geld verbruchend. Wird ausgebildet. Zu wenig Geld. Wie Sie befehlen. Einheit verloren. Erwachte Anweisungen. Für Haus Ordo. Erwachte Anweisungen. Für Haus Ordo. Für Haus Ordo. Einheit verloren. Einheit verloren. Zu wenig Geld. Einheit verloren. Gebäude kann unerziert werden. Einheit verloren. Mehr Platz benötigt. Neue Bauoptionen verfügbar. Zu wenig Energie. Windfallen werden benötigt. Einheit verloren. Bau hat begonnen. Wird ausgebildet. Gebäude wird aufgerüstet. Wird ausgebildet. Zu wenig Geld. Gebäude kann platziert werden. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Nein nicht. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Neue Bauoptionen verfügbar. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Bau hat begonnen. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Dann wird das doch ein bisschen länger dauern, wie ich wollte. Beide. Reiß. Natürlich. Bau hat begonnen. Natürlich. Verstärkung nähert sich. Verstärkung nähert sich. Verstärkung nähert sich. Wird ausgebildet. Verstärkung eingetragen. Aber zumindest haben wir ihn Bau hoch. BAU hat begonnen. Verstärkung wehrt sich. Verstärkung angekommen. Erwarte Anweisungen. BAU hat begonnen. Wird ausgebildet. BAU hat begonnen. BAU hat begonnen. Wird ausgebildet. Verstärkung eingetroffen. BAU hat begonnen. BAU hat begonnen. Verstärkung eingetroffen. hin, und dann macht man. Wir können wir nämlich hier ein bisschen für probleme sorgen er ist schnell kaputt dann sollte man eigentlich kein Problem darstellen die Hilfe der Saduka hat uns wenig gekostet unser Gola muss erst einmal auf alle Fälle vermeiden Verdacht zu erregen später kann er uns mehr helfen so heißen die können sich aber wenn der entdeckt wird dann und und